Marco Cirullo und Christina Gras sind getrennt. Schon länger vermuten aufmerksame Fans, dass es zwischen den beiden Reality-TV-Stars bröckelt. Nun bestätigt Marco die Trennungsgerüchte. Viele haben mich jetzt schon angeschrieben und gefragt, was los ist. Ja, Christina und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns getrennt. Vor sechs Wochen. Mehr Details verrät der 35-Jährige allerdings nicht. Die Trennungsgerüchte kommen auf, nachdem das einzige Paar alle gemeinsamen Fotos und Videos aus den sozialen Netzwerken entfernt. Christina teilt vor wenigen Wochen dann kryptische Zeilen im Netz, die die Gerüchte um ein Liebesaus befeuern. Ihr habt lange nichts von mir gehört. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit für sich. Derzeit ist einfach sehr viel los und das Ganze geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei. Die beiden lernen sich 2019 bei Bachelor in Paradise kennen und verlieben sich ineinander. Ein Jahr später hält Marco dann um die Hand seiner Liebsten an. Die Verlobung zerbricht aber kurze Zeit später, da sich das Paar trennt. Nach wenigen Wochen finden sie aber wieder zueinander. Vielleicht finden Marco und Christina ja auch dieses Mal wieder zusammen.